Ich komm mit. Die machen wir fertig. Okay. Oh ne, da kommt einer. So, ich hab keinen Boost. Hatte ich erwähnt, dass ich keinen Boost hab? So, jetzt hab ich Boost. Jetzt brauch ich ihn aber nicht mehr. Hab ich? Oh. Okay. Okay. Ja. Ja. Ja, gut. Triggered. Ich komm mit. Und Tor. Ja. Macht mal. Jo. Sieht gut aus. Bis dahin. Ja. Wie immer. Ja. 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 Wir sindode. Ja. 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 Ich hab mich gewonnen. Wuh! Au! Oh man! Hab ich! Musste auch! Oha! Komm Nicola! Jawoll! Ach scheiße! Ajo! Oh ok, dann geh ich mal, ne? Ja? Ja, ich bin hinten. Oh man ey, was ist der Krammel hier? Ach, zu schnell! Jo! Na dann! Du kannst Nicola? Go Laura! Oh man! Oh, bitte! Lups! Hihi! Na warte! Ich komm mit! Oh ja! Ja! Der ist so hoch! Aber doch nicht für Nicola! Na dann ist er gut! Ich bin hinten! Da bist du gut! Ui! Ja! Tor ist frei! Ja dann machen wir ihn rein! Ich bin hinten! Guck! Ja! Ich bin auf der Töne! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, komm schon, Mann. Steh dich doch mal richtig rum. Schade. Was ist das für ein Paar? Hätte klappen können. Ja. Oh. Go, Nicola, go. Oh, schöner Safe. Na. Oh, oh. Gut. Pinchirino. Und den blockt er auch noch. Jo. Nein. Nee. Oh. Komm nicht rum. Ah, Nicola hat das. Zu wenig Brüste. Oh, den hab ich. Oh, nein. Nein. Wie wär's damit? Nee, auch nicht. Wie wär's damit? Nee, auch nicht. Kommt keiner. Gut. Ich bin hinter dir, Nicola. Oh, Gott. Ich bin hinter dir, Linda. Ja, jawoll. Oh, kein Bus mehr. Schwester Nicola, überleben sie. Guckuck. Schön. Oh, der wär' gern nicht reingegangen. Nee, ich glaub auch nicht. Wär's schwierig geworden. Es sah zumindest knapp aus und ich hab, bevor Psyonix Please kommt, hab ich gesagt, äh. Meine Fägen, alles okay. Aha. Mit Aufsätze auf Nicola nochmal. Und Hammerflanke. Oh, Traum. Und Hammerthor. Ego-Boost. Oh, Baby. So. Oh. Direkt auf. Ja, äh. Schon zu einfach. Fangen wir auch noch an, sich zu flamen. Ich hol' Boost. Das mach ich auch. Go, Laura. Ja, ich. Oh, schade. Das seh' auch so. Kann man ja mal probieren bei 3.0. Alles okay. Ah, schade. Bleh, bläh, bläh, bläh. Tolles Ding. Ja. Das sah schön aus, bringt aber nichts. Oh. Wow. Der ist so gut. Komm. Nein. Ja. Danke für den, äh, Stub. Hm. Geh mal hin. Ich mach das mal. Oh, nee. Das mal hin. Oh, der ist drin. Oh. Haha. What a safe. Oh, schick. Oh, schick. Sehr schick. Danke, danke, danke. Ich bin wieder, äh, 4-Feed, das gibt's ja gar nicht. Tja. Du kannst also noch reden, okay. Wir standen da jetzt worden, 4-Saves, wenn nicht noch 5-Saves da. Was soll denn das? Weil Epic-Saves da nicht mit reinzählen? Hast du das noch nicht gemerkt? Nö. Hab ich so reden. Stehen wir noch? Hm, ja, ich wollt grad sagen, das ist, äh, nicht so dein Spezialgebiet normalerweise. Ace, ja. Oh. Der, der sein Spiel auf jeden Fall, äh, deinstallieren soll. Ich, äh, komm mit. Äh, einen schönen Ping, ja. Oh, der war früher. Äh, jo, hab ich... Oh, ihr macht das mal, ne? Äh? Jetzt mach ich das mal. Ich bin zurück. Och, spiel mich doch an, Typ, äh. Trifft der den nicht? Ich bin nur nach hinten. Oh. Achtung. Mein Booster-Arschloch. Jo, hab ich. Sehr schön. Uh. Nicola, warst du mein Babyfest? Warst du mein Babyfest? Oder defensiv? Uh. Oh. Der kommt hoch. Oh. Ne. Der auch nicht. Na gut. Der war... Ich geh noch mal hin, das wäre noch fantastisch. Sehr gut, bleib bünden. Wuhuu! Oh manno. Na gut. Meins. Meins. Okay. Jo. Interessantes Ding. Hab ich. Für nem Tor, ihr macht das schon. Gott. Au. Warum fliegt denn der so weit? Ich fahr doch gar nicht so schnell. Bin hinter dir, Linda. Direkt angespielt. Kacka. Abstor. Das ist wohl meiner, wa? Ja. Ja. Wut. Äh. Achja. No touch area. Oh. Shake. Ja. Sowas haben wir doch. Au. Oh. Ich glaube, Linda ist hinten. Mhm. Mhm. Au. Au. Ja, genau. Genau der. Was auch immer ihm das gebracht hat. War nicht sehr effektiv, würde ich sagen. War nicht sehr effektiv, würde ich sagen. Nein. Schöner Schuss. Dankeschön, dankeschön. Mit der ganzen Gewalt des Roadhog. Apropos Gewalt. Hab ich. Nope. Opa. Oh, der kommt noch mal. Vielleicht geh ins Tor, wa? Ich hol boost. Okay. Und dann geh ich da mal hin. Wa? Dann geh ich da mal hinterher, wa? Und dann geh ich da auch mal hin. Ach. Roll doch hoch, ey. So, Nicola. Kannst... Hä? Warum hatte ich keinen... ...Sprung mehr? Jo. Der war so schlecht getroffen, den muss ich zur Seite spielen. Ich habe so zuerst schon. Okay. Der kann doch das verdient werden. Okay, Team Octane. Bratwurst-Versteher, das ist ne Lüge. Niemand versteht Bratwürste. Da versteht man eher von das Bratwürste. Jo, jo. Alles cool, ich wollte da nur mal mit dem Schwanz ran. Sehr gut. Jo. Der war nicht so geil. Stimmt. Nicola, go. Ja, ich übernehme. Bin im Tor. Okay. Go, Laura. Ja. 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 Bin hinten. Boah. Ja. 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 Ich hab auch keinen Boost mehr. Ich hab voll. Ich weiß gar nicht, was ihr so macht. So. Ach, schade. Man glaub ich oft sagt. Ich hab immer noch keinen Boost. Tch. Okay. Jetzt brauchst du keinen mehr. Jetzt hab ich welchen. Sehr gut. Schönes Tor. Ooh. Wer wohlt in andern? Was kannst du hier für mehr? Dann Ja nicht. Ich dachte ich soll reden. Jetzt rede ich, und, äh, beantwortet mir nicht. Keine Chance. mieses ding haben die sich bei jedem truppe bei uns auch gedacht ja habe ich sehr gut mit vorne ja das meiner dann sage ich doch das auch das ist meine aber immer so ein bisschen gelupft probieren noch mal so gut ich eben kann und dann nimmt den keiner hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht dass er kommt dass vier leute dran vorbei habe ich habe ich habe ich okay haben wir schuss Diese Vorlage vor allem. Oh Nora, alles. Ball spielen. Jawohl. So? Jawohl. Jawohl. Ja, Entschuldigung. I got you. Rechnest du fest damit, dass irgendwas passiert, so dass ein Blauer den spielt? Ja, ist vorbei. Alles gut. Kommt ja gar nichts, ne? Dann lassen wir das mal. Oh, toll. Oh, der muss jetzt einer spielen. Oioioioi. Ich fahr zurück. Oh. Habe ich... Habe ich nicht. Ah, Nicola. Ne, Nicola springt heute ein bisschen sehr spät. Au. 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 Ah, wieder schöner No-Touch-Ariel. Geil. Au. ... ... ... ... na mal gucken wie lange wir wie lange ich das jetzt heute ohne reden oder wie ja genau so